Wow, nicht schlecht. Ja, und sicher ist er auch. Sieben Airbags. Super Fahrwerk, oder? Und er ist der T-Jet-Turbomotor. Aus 1,4 Liter, so viel Power. Okay, okay, jetzt bist du dran. Dann pass mal auf. So, jetzt zeig ich mal, wie ein Rentner fährt. Von Fiat entwickelt, von Michael Schumacher getestet. Der Fiat Bravo T-Jet. Schon ab 15.900 Euro und mit bis zu 3.000 Euro Umweltprämie.